ja meine freunde und herzlich willkommen hier zu auflösen vom 400 am linden special vorab noch tut mir leid dass meine stimme so abgekackt klingt weil meine nase ist verstopft deswegen ja klingt so auf jeden fall danke an alle die mitgemacht haben wir haben hier auf das video 53 likes richtig heftig und ja auch richtig viele kommentare wie es gehört ja es war eine schwierige entscheidung und ja wie gesagt wenn jetzt nicht gewinnt dann da ich zeige euch mal beispiele warum die meisten nicht gewinnen zum beispiel hier ich will gewinnen weil ich nie bei gewinnspiele gewinne das ist kein grund hast du gewinnt also oder hier weil ich einfach swag habe es ist ja also wird das investiert ja es gibt halt leute die dann sau auf mich sind und wundern warum sie nicht gewonnen haben so will ich lange um den heißen brei reden weil wir stimme richtig kacke ist und gewonnen hat der antwigeria lp er hat gewonnen weil einfach mir das ist das was sie geschrieben hat hat mir ein bisschen gefallen die andere war nicht schlecht aber er hat einfach einen guten grund gehabt also seinen grund war ein bisschen besser als die anderen und deswegen habe ich ihn genommen ich schreibe halt kurz noch an wie gesagt ich traurig sein es wird irgendwann mal wieder gewinnspiel geben und ja ich schreibe noch wie gesagt kurz an also falls er nicht zurückschreiben eine woche dann werde ich halt den best nehmen und schreibe ihn dann auch an so habe ich das ganze mal geschrieben also wie gesagt wenn er eine woche nicht zurück schreibt dann werde ich den best nehmen ja wie gesagt das war es mit der auflösung und ich denke dann mal wir sehen uns im nächsten video oder wenn ihr mich jetzt hass vergenehmt dann gar nie und ja wie gesagt dann sehen wir uns im letzten video oder kein halber und ja bis zum nächsten mal ciao